Der Kampf gegen den Imperator ist ja eigentlich ein antiimperialistischer. Für einen solchen Kampf braucht man Rebellen oder besser gesagt, man braucht Partisanen. Bei diesem Star Wars Film liegt die Betonung auf Krieg. Nun ist es aber so, dass der Rat nicht selbst in den Krieg zieht, sondern er schickt Rebellen vor. Er macht sich also selbst die Hände nicht schmutzig. Zum Beispiel gehört zu diesem Team von Rebellen, zu dieser Allianz, Jyn Erso, die weibliche Hauptfigur. Sie und einige andere, die Gruppe ist bunt gemischt, müssen an die Pläne des Todessterns gelangen. Rein von ihrer Ausstattung her gesehen, sind sie natürlich dem Imperator vollkommen unterlegen. Doch Partisanen kämpfen eben anders und sind gerade dadurch besonders effektiv. Was überhaupt sind denn eigentlich Rebellen? Was sind Partisanen? Es gibt da ein spannendes Buch von Karl Schmitt. In den 60er Jahren hat er es veröffentlicht. Das heißt Theorie des Partisanen. Darin macht Schmitt deutlich, was eigentlich den Partisanen ausmacht, was ihn auszeichnet. Da ist einmal der Punkt der gesteigerten Mobilität. Schmitt sagt also, der Partisan ist ein sehr wendiger Krieger. Er braucht kein schweres Kriegsgerät. Im Film ist es dann so, dass auch zum Teil mit Pfeil und Bogen sogar gekämpft wird. Im Vergleich zu den Flotten des Imperators haben die Rebellen natürlich nur ein klappriges Raumschiff. Auch die Materialität, dass das schon ein bisschen abgeranzt ist, ein bisschen schmutzig ist, das wird sehr schön im Film ausgestellt. Und Partisanen, das gehört auch zu dieser gesteigerten Mobilität, haben keine Uniformen. Sie können sich rasch wandeln. Das wird auch immer wieder im Film deutlich, wenn sie irgendwo im Verborgenen agieren, wenn sie in einer Stadt sind, wo sie aber dann nicht gleich erkannt werden. Die Soldaten des Imperators hingegen, die erkennt man ja immer gleich. Der zweite Punkt, den Schmitt ausmacht, ist die Intensität. Damit meint er die innere Haltung zum Kampf. Sie ist viel stärker als bei üblichen Soldaten. Oft ist auch diese innere Haltung religiös fundiert. Zum Teil ist auch ein Fundamentalismus möglich. Und auch das finden wir im Film wieder. Jan Erso muss sich erst noch politisieren. Sie ist erst nur an ihrem privaten Glück interessiert. Und später wird sie dann so eine intensive Partisanin. Giroud Imwe hingegen ist ein tief religiöser Rebell, der die religiös geprägte asiatische Kampfkunst vertritt. Gebetsmühlenartig wiederholt er dann auch, die Macht ist mit mir, die Macht ist mit mir. Und dann gibt es noch Sao Guerrera. Er ist der halb wahnsinnig gewordene Veteran. Er vertritt einen selbstzerstörigen Extremismus. Auch das kann Partisanen passieren, dass sie sozusagen irgendwann diese Gewalt fast gegen sich oder gegen die eigene Gruppe wenden. Rebellions are built on hope, heißt es immer wieder. Also das ist diese metaphysische Intensität, die einfach präsent ist, die ihnen die enorme Stärke verleiht. Natürlich auch eben diese ominöse Macht. Und damit sind sie dem Imperium überlegen. Und zugleich haben sie auch etwas, was moderne Soldaten nicht mehr haben, nämlich eine Opferbereitschaft. Sogar ein tödliches Risiko gehen sie ein. Und der dritte Punkt ist der tellurische Charakter, so nennt das Schmidt. Schmidt meint damit die Erd- und Heimatverbundenheit von Partisanen. Der Film beginnt und endet am Strand, also an der Grenze zwischen Land und Meer. Auch das ist ein wichtiger Topos für Carl Schmidt. Galen Erzorn, der Vater von Jyn, lebt als Farmer. Und er sagt, ich tue alles nur, um dich zu beschützen. Das ist die defensive Haltung, die eigentlich dem Partisanen zukommt. Spätere Kampfgefechte, die finden dann auch zwischen Büschen und Bäumen statt. Und es erinnert dann tatsächlich an das Tellurische, wie wir das aus Guerilla-Organisationen, zum Beispiel im Vietcong, kennen. Steven Soderbergh hat ja auch in seinem Che Guevara-Biopic gezeigt, wie diese langsamen Stellungskriege da verlaufen und wie sie sozusagen, diese Gereas, sich immer durch den Wald kämpfen müssen. Doch der Kampf der Rebellen ist eben nicht nur auf eine spezielle Heimat beschränkt. Sie sind sehr divers zusammengesetzt, also damit auch transnational. Schmidt zeigt anhand von Lenin den Übergang vom Tellurischen zum Weltrevolutionären Partisan. Der globale Klassenkampf ist nämlich einer, der überall stattfinden kann. So ist es auch dann im Laufe des Films, dass der Kampf sich an verschiedenen Orten abspielt. Das Imperium ist nämlich für die Rebellen der absolute Feind. Und da wäre vielleicht ein ganz kleiner Exkurs zum Feindbegriff wichtig. Im 18. Jahrhundert, da, wenn man von Feindschaft spricht, meint man noch die Feindschaft zwischen zwei Staaten, die sich gegenseitig den Krieg erklären. Das hat gar nichts damit zu tun, den Feind moralisch zu diskreditieren. Krieg wird hier, mit Klausewitz gesprochen, als Weiterführung der Politik mit militärischen Mitteln gedacht. Die Feindschaft aber verändert sich. Und so ist es auch im Film. Mit dem Feind im Film kann man ja nicht mehr verhandeln. Mit ihm kann man auch keinen Frieden mehr schließen. Es gibt eigentlich nur noch die Vernichtung des Feindes, die übrig bleibt. Dieses Denken bestimmt die ganze Star-Wars-Saga. Für die Rebellen ist der Imperator der absolute Feind und umgekehrt. Die Rebellen wollen natürlich nicht den Kommunismus etablieren durch einen Klassenkampf oder so. Sie wollen ihren alten Status Quo, die Republik mit Senat, zurückhaben. Und dann gibt es noch den vierten Punkt, den Schmidt ausmacht, den wir auch im Film wiederfinden. Die Irregularität. Die Rebellen sind eben keine Soldaten. Das heißt, für sie gilt das Kriegsrecht nicht. Im Film hat diese asymmetrische Kriegsführung, wie das der Politologe Herfried Münkler nennen würde, kein Mandat vom Rat bekommen. Sie handeln genau genommen illegal. Sie ziehen einfach los. Sie schleichen sich dann noch oft an. Also sie präsentieren sich nicht, wie das Soldaten sonst tun, offen dem Feind. Es ist schon ein Paradox. Das Disney-Imperium liefert uns mit Rogue One einen antiimperialistischen Film, wenn auch keinen linken Antiimperialismus. Ein Film, der Opfer und Heldentode, Vitalismus und religiösen Fundamentalismus gut heißt. Ich würde mal vermuten, wenn ein solcher Film aus einem islamischen Land kommen würde, würde er vermutlich sogar verboten werden. Man würde denken, um Gottes Willen, wo führt uns das hin? Aber hier wird das gestattet. Hier lässt man das einfach so durchgehen. Denn wir haben es ja mit den Guten zu tun, für die die Rebellen kämpfen. Natürlich sind damit die Vereinigten Staaten gemeint. Und die sind natürlich auch ein Imperium, wenn auch dann ein viel freundlicheres als das des Imperators. Dass die Rebellen im Prinzip ohne Mandat in den Krieg ziehen, erinnert natürlich aber auch an die Kriege der jüngsten Vergangenheit. Indem man aber in Rogue One das denkbar schlimmste Imperium bekämpft, es gibt ja keinen einzigen Aspekt, den man nennen könnte, der positiv ist bei diesem Imperium, das der Imperator da errichtet hat, kann man den eigenen Imperialismus dann als Partisanen Freiheitskampf verkaufen. Es ist schon erstaunlich, Hollywood macht sich hier alle möglichen Partisanenkämpfe der letzten Jahrzehnte zu eigen. Dieser propagierte Heroismus ist natürlich heute in einer westlichen Armee nicht mehr anzutreffen. Die Hypertechnisierung lässt dies auch eigentlich gar nicht mehr zu. Hegel meinte ja, die Waffen sind das Wesen des Kriegers. Das meint also, unsere modernen Waffen entsprechen den modernen Soldaten. Wir sind eben keine heroischen Figuren mehr. Im Vietnamkrieg war das sehr gut zu beobachten, dass man technisch hoch aufgerüstet war, aber eben eigentlich schon in eine postheroische Gesellschaft eingetreten ist. Wenn diese aber dann auf eine heroische Gesellschaft trifft, auf die Viet Cong, dann wird es höchst problematisch, diesen Krieg noch zu gewinnen, obwohl man eigentlich militärisch vollkommen überlegen ist. Nicht nur die Partisanenstrategie propagiert der Film, auch das Whistleblowing. Präsentiert wird uns eine Art Snowden-Figur. Sie verkündet dann auch als Hologramm eine entscheidende Botschaft. Und wir denken dabei natürlich an die vielen Auftritte von Edward Snowden, wo er auch, weil er im Exil ist, nicht mehr leibhaftig auftritt, sondern immer auf Bildschirmen erscheint. Es gibt nämlich da beim Imperium ein Datenleck. Wenn wir eines durch Wikileaks und Snowden gelernt haben, dann ja wohl das, dass es keine völlig geschlossenen Systeme gibt. Da ist immer irgendein Leck, immer ein Schlupfloch da. Auf den letzten Seiten seiner Theorie des Partisanen macht sich Karl Schmitt Gedanken über seine Zukunft. Wie kann der Partisan überhaupt noch in einer technischen Welt weiter überleben? Und er schreibt, Was aber wird aus ihm im Zeitalter der atomaren Vernichtungsmittel? In einer technisch durchorganisierten Welt verschwinden die alten feudal-agrarischen Formen und Vorstellungen von Kampf und Krieg und Feindschaft. Das ist offensichtlich. Verschwinden deshalb auch Kampf und Krieg und Feindschaft überhaupt? Und verharmlosen sie sich zu sozialen Konflikten? Wenn die innere, nach der optimistischen Meinung, immanente Rationalität und Regularität der technisch durchorganisierten Welt restlos durchgesetzt ist, dann ist der Partisan vielleicht nicht einmal mehr ein Störer. Dann verschwindet er einfach von selbst im reibungslosen Vollzug technisch-funktionalistischer Abläufe. Nicht anders, wie ein Hund von der Autobahn verschwindet. Die Technisierung kann die Partisanen, wenn sie nicht auch Massenvernichtungswaffen haben, wie eine gigantische Welle überrollen. Antimperialistische Staaten, kleine Staaten, wollen deshalb natürlich Nuklearwaffen haben, um das zu verhindern. Und vielleicht kommt auch der Film, der ja eigentlich vor Krieg der Sterne von 1977 spielt, tatsächlich zu spät. In den 60ern wäre er parallel zum Vietnamkrieg und diversen Befreiungskriegen besser aufgehoben gewesen. Heute erinnern uns deswegen auch manche Szenen der Rebellen, so ein Habitus, zum Teil an Terroristen. Durch die Snowden-Referenz wird aber eines deutlich, vielleicht verlagert sich der Partisanenkrieg in Cyberspace. Wenn das Drehbuch nicht mehr weiter weiß bei diesem Film, dann gibt es ja immer noch die Macht. In das Erwachen der Macht, also dem letzten Star Wars, wird die spirituelle Mitte gesucht und sie wird gefunden, mit und in Luke Skywalker. Dieses spirituelle Zentrum bildet in Rogue One ein blinder Seher. Und das ist doch vollkommen klar. Er kann nicht schauen und deshalb sieht er.